So, weiter geht's. Auf nach Gavoran. Hm, nach der Schriftfarbe zu urteilen scheinert eine grüne Gegend zu werden. Na, aber mal sehen. Oh. Oh, die Schriftfarbe hat nicht gelobt. Oh. Oh, cool. Danke. Oh, da unten ist ja auch noch was. Hm. Schade, da komm ich nicht ran. Mir fehlt da was. Ja ne. Schneller. Oh, was sind das für Viecher? Hm. Ne, ne, ne. Die werden schneller, wenn man sie beschießt. Okay. Erst abknallen, dann Fragen stellen. Tope Recharge Session. Okay, wir können die jetzt tatsächlich mal gebrauchen. Vor allem wegen der Munition. Oh, ich komm gar nicht mehr zurück. Fällt mir auf. Ich hab mir den Rückweg verschwebt. Ja! Nein, 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 nein. Oh. Hääääh! Ey, du sollst doch... Ey, komm mal nach unten, wir da. So als natürlich auch links dann ausführen Es ist manchmal auch einfach nur nicht möglich Bitte sag mir, du hast einen Checkpoint dann um 8 Oh wow, das Spiel ist intelligent Wenigstens etwas Jo Okay, komm mal runter hier Woah What? Okay Man Weißt du, es hilft doch nicht, dass sie den Dingens nicht macht, wenn ich das drücke Ich hasse diese Scheiße Ich wünsche dir, der Flash Shift würde einmal im Kampf wirklich funktionieren Und nicht einfach sagen, nö, jetzt ist es aus, weil du campst gerade Oh man Okay Okay Oh man, ich habe ihn schon wieder Nein Mann Geh doch mal Kann man auch Durch sein Nee, kann man nicht Also Es ist manchmal richtig behindert Weil Man kommt da nicht vorbei Manchmal Komm man So schwer ist er nicht Er hält nur zu viel aus Oh Die Kämpfe hier oben Mann Wenn er denn wenigstens Den Flash Shift machen würde Fuck Oh ja Braucht halt echt ne gerade Fläche zum Kämpfen Und der scheiß Flash Shift Funktioniert halt auch echt Nur wenn man in die Richtung Dann drückt Drückt Also ich wünschte Als würde Wenn man den einfach nur drückt Automatisch einfach Nach vorne gehen Aber nein Dann könnte man es selber Dann noch mit der Richtungstaste Nachziehen Und das ist nicht so leicht Wenn man die ganze Zeit Irgendwie schon ausweichen muss What the Nee Nee Ich will ja kaum runter da Nee Oh Gott Emi Raum Nee Guck erstmal oben Was ist hier so gut Oh Oh Ja Ich stehe hier jetzt los Oh Gott Jetzt kommt wieder so ein Krampf Oh Gott Ich liebe es Okay Nee Halt dich fest Hallo Mann Und dann muss man halt echt wirklich die Geistesgegenwärtigkeit haben Die Taste nicht ausversögenlos zu lassen Danke Rauf da jetzt bitte Oh Gott Wenn man diese 10 Millionen Tasten gleichzeitig gedrückt halten muss So Ach Was sind die wieder da Festhalten Ich will gar nicht wissen was der jetzt für eine Fähigkeit hat Ich will gar nicht wissen was der jetzt für eine Fähigkeit hat Das ist wahrscheinlich bei Supermessels Achso richtig Der hat ja die die ausgeschaltet Oh 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 Hallo Hallo Ja Oh Oh So Hat keine Ahnung Adam muss wieder sagen Samus Samus You are approaching the surface This area Gabarin Appears to be an underground forest The ME have been deactivated But Ravenbeat still desires the Metroid DNA within you I have reviewed the video log of your encounter after your arrival You were no match for him then You are no match for him now It is true that you have recovered many of your combat abilities However My analysis suggests that you would not be a worthy adversary for him Not even at full power One thing still eludes me Why did Ravenbeat spare you during that encounter? Something must have motivated him Motivated is... No K например Well, where is anyone else? Hey Hatsch at the end of the game Na ja, egal Wo is it just so here? Okay, äh, warte mal. Oh! Hm. Nein! Nein! Da geht irgendwie da durch. Oh. Ach, Mist, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das ärgert mich so ein bisschen. Ah, okay. Jetzt komme ich wieder zurück. Doch nicht. Warum sollte ich auch zurückkommen? Ah. Was bist du? Kannst du jetzt erst mal irgendwie wieder zurückkommen? Oh, Supermiss, oder? Oh, yeah. Oh, Supermiss. Oh, Supermiss. Oh, Supermiss. Oh, Supermiss. Wie ist die Stacke jetzt, Simon? Oh, nice. Good. Hi. Oh Gott, 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 oh Gott. Wo geht's denn jetzt weiter hier? Hier geht's weiter, hier können wir wieder zurück, uns kurz das Ding holen und dann will ich aber auch da auch wieder gucken. Äh, ich trau dem nicht, komm, 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 komm. Nervt man nicht, bitte. Ja, so kann man das machen. Ups. Hui. Ich trau dem Ding nicht, bist du nicht erst mal da? Wo? Was ist denn das? Fieke. Nice. Ja. Das scheint ihn nicht zu beeindrucken. Okay. Ich glaube, da kriegt irgendwas. Nee. Äh, noch nicht. Ich hab doch hier jetzt noch ein paar Supermister-Türen. Ah, komm, wir gehen ja gut durch. Ah, zum Beispiel. Spielen. Irgendwas da rüber. Hui. Bette, jetzt können wir auch... Oh, wir sind in. Oh. Oh, wir sind in. Oh, wir sind in. Oh Und hier geht es jetzt? Woanders hin? Oh, Kilo. Ist das eine gute Idee? Warum nicht? Nächster Halt, Helo, Ausstieg in Fahrtlichtung. Ich fühle mich hier irgendwie nicht so ganz willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da war ein Roter gewesen. Was soll ist das? Oh no. Das ist ein Boss. Ich will jetzt noch keinen Boss bekämpfen. Sorry. Ach, wir kommen sowieso auf der anderen Seite wieder raus. Komm. So. Oh, was ist hier? Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, mach ne Cutscene und dann ohne Vorwarnung ist das ein Angriff. Alles klar. Und dann muss man den Scheiß natürlich komplett von vorne machen, weil man die Cutscene verkackt hat. Und dann muss man die Cutscene auszuladen. Oh nein, nein, nein Oh, ich habe die Klappe Nee, komm Mann weiß aber auch nicht, wann es kommt Oh ne, ist ein bisschen ins Gesicht Mann, das Timing davon Der Timing ist so behindert, ist schon wieder so ein behindertes Dark Souls Timing Wo er schon wieder so, äh, und dann, oh, Moment, wann mach ich den Angriff? Keine Ahnung, jetzt doch nicht Also, plötzlich einmal mal spontan sich sagt Nee, jetzt haben wir doch ein anderes Timing als vorher Oh, Moment Oh, Moment Jetzt bin ich ja schon verkackt. So, man kriegt aber auch keine Heilung zwischendurch. Boah, jetzt ist es gut. Nee, du hörst mir. Danke. Jeez. Hm. Nice. Endlich mal. Nein! Gott, 62 again. Oh, great. Ah, geht's so wieder. Oh, gott man. Come on. Okay. Ah. Okay. 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 Ne powerbamack. Dang. Sad name. Ah, wassucht denn? Oof! Huh. Ah ja, dann komm ich später noch was zurück. Hm. Ah, okay, toll, wir haben die X befreit. So, und jetzt heißt das wohl, dass die jetzt überall war. Ich wusste doch, ich hatte die hier. Mein Gott, ey, jetzt kämpft er da die scheiß Kante ab. Okay, komm jetzt wieder zurück. Willst du mich verarschen? Ey, noch mal den ganzen Weg. Komm mal durch, wenn was. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Na ja, nicht mehr. Geh mir das Nee, das schweiche ich jetzt erstmal. Okay, wir haben die X befreit. Wunderbar. Ich freue mich ja schon unglaublich darauf. Ich wusste, ich hätte vorher erstmal auf Item-Jagd gehen sollen. Naja, jetzt muss ich damit leben. Uff, ich glaube, ich mache hier auch erstmal wieder eine Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jetzt ist es dann.